Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Star Trek Timelines auf unserem Free2Play Account. Level 47 mittlerweile erreicht und es ist mal wieder Zeit für ein kleines Update, um euch mal wieder zu zeigen, wie denn gerade so der Stand der Dinge ist. Ich habe mich gerade frisch eingeloggt auf dem Account, habe heute noch keine Sachen gemacht. Was ich euch gleich mal zeigen kann, ist hier bei den Fraktionen, wenn wir schon drinnen sind, und 3 aktuell habe ich auf einem Stern geschafft. Das heißt, da kann ich mir alles abholen, alle Items. Und da mache ich jetzt einfach weiter, dass ich jetzt so nach und nach die Vollmach-Flotte natürlich immer noch in unserer super tollen Warp-XI-Flotte. Dann holen wir uns mal die Tagesbelohnungen ab. Unitonen-Bonus gibt es auch gerade, den gönnen wir uns auch. So, und das richtig Coole ist, wenn wir uns jetzt die Reise anschauen, die, da steht ein Tag, 14 Stunden, die habe ich für 20 Stunden laufen lassen, über 20 Stunden. Dafür habe ich sämtliche Reise-Wiederaufnahme-Tokens verwendet. Ich habe nämlich immer wieder gespart, gespart und nie eine verwendet, wenn ich normalerweise Reisen nach 4 Stunden zurückschicke. Habe jetzt mal eine 6-Stunden-Reise hinbekommen und dachte, ja komm, dann nutzen wir die Tokens, weil dann rentiert sich das auch mit zwei ganz guten Werten hier, als Haupt- und als Nebenwert. Dachte ich, komm, dann probieren wir es, schauen wir mal, was dabei rauskommt und machen wir mal so eine richtig fette Reise, weil man ja auch bei den Erfolgen das hat, dass man Reisen abschließen soll mit einer gewissen Dauer. Dauer einer Reise, 10 Stunden zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob als nächstes nicht da 20 kommt. Da haben wir gedacht, ja komm, dann schauen wir noch irgendwie, dass wir das auf 20 strecken können. Und einiges rumgekommen, das wird jetzt gleich wieder lustig mit dem Platz, dass wir gucken, dass wir für alle sieben Lilenen auch genug Platz haben. Einiges an Ehre, dann haben wir noch ein paar 3-Sterne-Charaktere. Das ist das Wichtigste, 222 dynamische Offizierstrainings, das wird ja super, da freue ich mich schon richtig, die ausgeben zu können. Und einige 2-Sterne-Charaktere massig an Replikator-Rationen, auch das ist super, auch das braucht man immer wieder. Viele Items und 1204 Kronitonen, das ist auch eine fette Sache. Sehr schön, dann schließen wir das Ganze doch mal ab, holen wir uns die Reise ab und dann können wir gleich den Erfolg auch abholen, dafür gibt es nochmal 5.000 Ehre, Weltklasse. Und noch eins? Ja, 20 Stunden, jup, dann war es das so mit 10.000 Ehre, okay. Und abgeholt, sehr schön. Ein Erfolg, den ich abgeschlossen habe. Ausgezeichnet. Herausforderungen, klar, das wird noch länger uns begleiten, bis zu 20.000 geht das ja. Also nicht nur 2.000, sondern 20.000. Joa, Herausforderungen und verbessere, das wird ewig bleiben. Macht eine Crewmitglieder unsterblich, das geht auch ziemlich lange. Und nehmen wir ein eigenes Teil, ja, Schleswig-Dilemma, nehmen wir ein eigenes Teil. Das werden wir wahrscheinlich recht bald haben dann. Käpt'n-Stufe wird uns auch ewig begleiten und der Ehrenruf, mal gucken, könnte auch noch ein bisschen länger dauern. Aber auf jeden Fall mega, die Reise abgeholt zu haben. Dann holen wir uns da noch ein bisschen PvP-Reward. Ich glaube, dass man keine Schiffsbaupläne bekommt auf Reise. Oder die Lithium zum Beispiel, wäre auch ganz nett, wenn man schon eine 20-Stunden-Reise unterwegs hat, dass man dafür auch so ein bisschen die Lithium zum Beispiel bekommt. Eine eher volle Erwähnung habe ich noch durch die Kampagne. Durch die letzte. Da bin ich dann auch noch am überlegen, wem ich die spendiere. Und dann kann ich einmal schauen, ob ich irgendwen doppelt habe. Das wäre natürlich noch besser. Bei meinem Glück habe ich jetzt aber sieben komplett neue bekommen. Hm, wird auf jeden Fall interessant, da anderen Platz zu finden. Genau, schauen wir uns vielleicht ganz kurz die Charaktere an. Kennt ihr eh noch vom Mega-Event. Die Suspiria, Phlox, ist auf einem guten Level mittlerweile, auf 99. Ist mein PvP-Dude, der ist bei Q echt gut dabei. Die anderen, ähm, naja, eher noch nicht so. Chainway, der Heimstätte, haben sie jetzt auch neu übersetzt, mit 3 von 5 Sternen. Da habe ich alles abschließen können. Die gab es ja quasi gratis, für das das mal ein paar Sachen gemacht hat. Schöne Sache. Ähm, Sochi, die habe ich ja noch vom ersten Mega-Event mitgenommen. War gar nicht so easy, die zu kriegen. Ähm, Burnham, Jitsia Dex, La Forge. Köder Kira habe ich letztens bekommen. Gar nicht so lange her, schon auf 90 gebracht. Die Crusher, den Peller, Van Gogh, den Barclay, Matt und Chad Reno. Von Van Gogh hatte ich, glaube ich, durch diesen Mega-Event-Seel bekommen, wenn mich jetzt nichts täuscht. Und von den 4-Sterne-Leuten, boah, auch alle so ein bisschen mit dabei. Die Karin habe ich auf 4-Sterne, genauso wie den Tjani's, den Stamets. Da bin ich auch immer so ein bisschen am Aufleveln und am Bessermachen. Habe ich aber auch nach wie vor spezialisiert auf die 2-Sterne-Leute und 1-Sterne-Leute. Ich glaube, mit 1-Sterne-Leute bin ich jetzt durch. Geht ja so schön schnell, die zu leveln. Ja, PK fehlt mir noch. Den muss man ja extra kaufen. Den, der droppt nie, sondern den braucht man, muss man in der Ehrenhalle kaufen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Von den 2-Sterne-Leuten fehlen noch einige. Und einige bin ich eben gerade am Einbauen und schon ein paar eingefroren. Und dann werde ich mich irgendwann mal um die 3-Sterne-Leute kümmern, wenn die 2-Sterne auf einem guten Level sind. Wenn das hoch genug ist. Und zwischendrin aber auch immer wieder schauen, dass ich weiterkomme bei den 5-Sterne-Leuten, 4-Sterne-Leuten, sodass wir die die schweren Missionen machen können. Schauen wir mal ganz kurz rein bei den Kadetten. Am Samstag heute gerade. Mir fehlt ja noch diese eine hier zum Abschließen. Sonntag, Entschuldigung. Samstag fehlt mir noch mehr. Aber Sonntag fehlt mir nur noch das eine. Und ich bin übrigens durch für die Woche. Also ich habe Montag bis Freitag bin ich komplett durch. Das ist auch sehr geil. Clever Taktiker Ferengi. Gut, da fehlt mir dann der Brandt wahrscheinlich, dass der was machen kann. Weil er hat erst Zweitwert, der Räger. Und das wäre gar nicht so schlecht, das als Hauptwert zu haben. Clever Taktiker Ferengi. Gibt es sonst noch irgendwas, was in diese Richtung geht und was das als Hauptwert hat? Taktiker. Oh, Viyun vielleicht. Ich glaube, der Dänfen, der kann auch gute Werte erreichen. Auch wenn er weder Clever noch Taktiker noch Ferengi ist. Boah, eventuell noch den Viyun-Klon, den, wenn es der Ferengi nicht schafft. Auch eine Idee. Okay, das heißt, da level ich dann noch, um das zu kriegen. Schauen wir noch mal ganz kurz da rein. Denn, wie gesagt, Montag bis Freitag bin ich jetzt durch mit den Kadetten. Die Montag, Mittwoch, Freitag habe ich euch ja schon gezeigt in einem Video. Und Dienstag, Donnerstag habe ich auch abschließen können. Diese Leute habe ich dabei eingefahren von den Zwei-Sterne-Leuten. Und die waren mir behilflich, die Quests zu schaffen. An einem Tag gibt es ja die Nur-Weiblich-Challenge. Da habe ich dann die Tasche habe ich verwendet, die Cito, die Lita. Die Persis hat mir am Ende noch geholfen, eine Quest zu machen. Cass, die Dex ist super. Chain-Way-Crusher. Und Taurus dann auch für die, äh, für Engineering. Und dann gab es doch die Außerirdischen-Challenge. Und dafür kann man ja auch viele von denen verwenden. Nämlich auch die Taurus. Die Kira habe ich da genommen, äh, die Cito wieder. Zwei-Sterne-Leute mal weggeballert, damit, also die ich noch nicht, äh, unsterblich hatte, äh, die ich schon unsterblich hatte, so rum, damit ich da ein bisschen mehr Platz habe. Äh, und wieder Platz für neue Crew habe. Einiges muss ich jetzt noch weghauen. 45 Leute, ne? Äh, 145. Von 130, da ist noch ein bisschen was zum Wegballern. Na, dann schauen wir uns noch die Arena ganz kurz an, was sich da getan hat. Da bin ich aktuell auf, hoppla, da wollte ich her. Rang 9000, Rang 24.000 und 37.000. Viel mehr geht hier noch nicht, weil, äh, ich noch keine besonders guten Schiffe habe. Von den 5-Sterne-Schiffen ist mein Bestes ein Stufe-4-Schiff. Also, naja, da geht noch ein bisschen mehr von den Stufe-4-Schiffen haben wir auch noch nicht wirklich eins auf einem guten Level. Äh, Stufe-3 auch noch nicht. Das braucht einfach auch noch Zeit. Das merke ich auch bei Skirmish, um zum nächsten zu kommen. Gibt nämlich gerade ein Skirmish-Event, wo ich echt gut dabei bin, für das, dass ich es nur auf Normal spielen kann. Ich kann halt für jeden anderen Schwierigkeitsgrad vergessen, weil mir das Schiff viel zu schnell runtergeballert wird. Können wir uns ja ganz kurz auf Episch mal anschauen. Probieren wir es mal mit der Crayton. Crayton, joa. 8, 8, 7. Ja, 7 Verteidigung. Und dann hauen wir mal Leute rein. Ich möchte auf jeden Fall die Ruffy reinhauen, weil die Ruffy diesen plus 200% Schaden hat. Das ist schon das Beste, was es, glaube ich, gibt. Waves the Woosh gibt. Crusher mit den 200% Schaden. Ist auch nicht verkehrt. Das bräuchte man sonst noch kritischer Treffer, aber 12 Sekunden Aktivierung ist ganz schön lang. Da hier das Sofortschaden raushauen ist gut. Vielleicht wäre aber sowas wie Höhlenreparatur auch nicht schlecht. Aber ich werde euch sagen, man wird halt so schnell runtergeschossen. Das ist schon sehr bestialisch. Sechs Sekunden Ausweichschance um sechs. Das aktiviert sich sehr schnell. Das wäre sehr gut. Ähm, ja, okay. Uff, ich weiß es ja nicht, liebe Leute, ob das gut klappt. Treffsicherheit und repariert die Schilder um 10%. Ja, komm, probieren wir es mal. YOLO! Ansonsten geht halt das eine Ticket flöten. Am Anfang von der Phase kann man das ja mal gern austesten. Da ist es ja noch nicht so teuer. Ja, nee. Nee, keine Chance. Keine Chance. Absolut keine Chance. Geil, 188 Punkte. Yay! E-Fisch kann ich vergessen. Äh, Elite. Kann ich auch eigentlich vergessen. Ich meine, ich habe ein... Was ist das Beste? Ein 2- Äh, ein 3-Sterne-Schiff. Uhuhuhuhu, wow. Das ist, äh, so 3... Stufe 3-Schiff, ähm, von 4 Sterne so rum. Das kann ich halt wirklich vergessen. Da muss ich halt weiter da unten kleine Brötchen backen und mit dem Cem Hadar-Schiff spielen. Das klappt echt gut. Mit normal, da habe ich keine Probleme. Da setze ich ein, die Ruffy, wegen den 200% Schaden. Wem bessern habe ich noch nicht. Ich habe die Tymir gezogen, die kann ich dann auch sicher ganz gut verwenden. Die ist dafür brauchbar. Und den Wurf setze ich ein als, äh, Event-Charakter, dass er den besten Bonus gibt. Und ich muss sagen, für das, dass ich eben nur kleine Brötchen backen kann, weil ich nur auf normal spielen kann, läuft das echt ganz gut, das Event. Und ich bin ganz gut noch vorgekommen. Und habe jetzt nochmal in der zweiten Skirmish-Phase nochmal ordentlich durch die Reise Kronitonen sammeln können. Die kann ich dann jetzt nochmal schön rausjagen beim Tempel. Und mal schauen, wie viel ich noch bekomme. Oh, sehr schön. 50 Kronitonen nochmal dabei. Das ist eine nette Sache. 400 Belohnungen, wieder 50 Kronitonen. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wird es 1.000 Belohnungen geben. Am Ende nochmal 2.000. Das ist schon sehr nice. Aber irgendwann, irgendwann kommen wir auch dorthin. In diese Gefilde. Und spielen mit den großen Jungs mit. Und bis dahin in Geduld üben. Weiter Crew und Schiffe sammeln. 12.000 von den Tickets haben wir noch. Ja, da könnte noch einiges gehen. Und bei der Belohnung, ja, gucken, was noch alles machbar ist. Ob wir noch ein bisschen weiter nach vorkommen. Auf jeden Fall nice und vieles. Was ich sammeln konnte. Uh, die Lithium. Schöne Sache. Schauen wir nochmal. Interesse halber im Zeitportal. 480 kostet das Package. Minus 25%. Hm, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Dann hätte ich wieder einige lilanen Charaktere. Aber es wäre ein günstiges Package. Oder ich warte wieder mal auf ein Mega-Event-Sale für die 390D Lithium. Ähm, ja. Noch überlegen, wie ich das genau mache. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich euch zeigen könnte? Was sich gerade aktuell so tut. Ja, Arena. Da schaue ich immer mal wieder rein. Kämpfe ich immer mal wieder. In meiner Stufe gerade aktuell habe ich sehr häufig mit welchen zu tun, die mir überlegen sind. Wo ich keine Chance habe. Suche mir dann aber ganz gerne solche raus, die ein bisschen weniger Stufe haben. und hoffe einfach, dass das klappt. Na, knapp. Ich finde es so lustig, die Einblendung, dass man einen Aufstieg im Rang erreicht, obwohl man verliert. Das klingt nämlich so positiv, aber Aufstieg im Rang heißt halt, wird halt immer höher und je niedriger, desto besser. Genau, also so läuft es meistens ab. Dann schaue ich mir die anderen Schwierigkeits gerade an. Und da habe ich dann auch meistens zu kämpfen. Aber wie gesagt, alles ganz geil, um zumindest ein paar Schiffsbaupläne zu kriegen und die Schiffe so ein bisschen besser zu machen. Und für die Daily Missions ist es ja auch eine tolle Sache, da voranzukommen. Q, habe ich euch eh schon gezeigt. Da habe ich den Phlox, der auf einem super Level ist. Und die Burnham hat auch ganz gute PvP-Werte. Die anderen, naja, mittelmäßig, sage ich mal. 800, 900, ja komm, probieren wir das. Das mag gerade nicht wiederholen und zu viel Materialien raushauen. Wenn es schief geht, wie in dem Fall, kein Thema. Spielt alles in unsere Overall-Statistik rein. Irgendwann holen wir uns den Locutus in tausend Jahren. Und wenn der Charakter bis dahin, oder wenn mein Account bis dahin nicht abgeht, dann geht er auf jeden Fall mit dem Locutus ab. Ich muss nur Geduld haben. Ja, heute klappt es aber besonders. Heute ist das Glück mir so richtig heute. Das ist durch die Aufnahmen vielleicht auch nochmal begünstigt. Na süß, wie er sich versucht noch ranzuroben, der Barclay. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Red Angel, der ist auch schon mit dabei. Den habe ich aber noch nicht gezogen. Auch auf meinem Haupterkont noch nicht. Es sind aber schon einige, die ich sehe, die mit dem Kämpfen. Also scheinen wohl auch schon ein paar, den bekommen zu haben. Scheinen schon ein paar Mal gedroppt zu sein. Aber sonst bin ich eigentlich durch mit dem Herzeigen. Ich wollte euch jetzt vor allem mal die Reise herzeigen. Die Mega-Reise, die gerade zurückgekommen ist. Und dass das jetzt mal eine größte bisher war. Und so ein bisschen den Fortschritt zeigen an den Charakteren. Wenn wir über die Besten durchgehen, haben wir da 1265 Befehl. Da haben wir 837 Diplo. Da fehlt noch ein bisschen was Diplo-technisch. 745 Engineering ist auch noch nicht so, das gäbe wir vom Ei. Da haben wir 926 Sicherheit. Bei dem Medic haben wir 991 Medizin. Und dann haben wir noch Science mit 977. Ja, und dann soll es das gewesen sein. So als kleines Update. Level 47 aktuell. Es geht voran. Bisschen mühsam gerade aktuell, weil auch nicht mehr die Level so schnell von Hand gehen. Aber hey, es geht voran. Und schön zu sehen, wenn man zum Beispiel ganz hoch in einem Event draufkommt. Auch wenn man nur mit normalen Schiffen fliegen kann. Guti, dann war es das mit einem kleinen Update. Vor allem Kadettentechnisch geht es auch sehr gut voran. Habe ich euch gezeigt. Das vielleicht auch als kleine Motivation für alle, die da noch ein bisschen hängen. Ich habe auch ein eigenes Kadetten-Video gemacht. Das ist in meiner normalen Playlist. Aber wenn ihr eingibt auf YouTube, weil Warwick und Kadetten, dann werdet ihr auch da ein Video finden. Um das auch nochmal besser zu beschleunigen für euch. Guti, dann soll es das gewesen sein. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Update-Video. Bis dahin. Ciao.